Das war der Gong, die erste Runde. Was erwartet uns hier? Wird Stefan Raab gleich in die Offensive gehen? Was macht Regina Halmich? Raab muss natürlich versuchen, den Überraschungsmoment auszunutzen. Vielleicht mit der alten Metzger-Technik rangehen und draufschlagen. Irgendwas wird schon passieren. Aufpassen auf die Kombinationen von Regina Halmich. Stefan Raab hat sich selbst Mut gemacht, hat gesagt, ich habe mir Kämpfe angeguckt. Tyson, Holyfield, Lewis. Die haben sich so lange an den Kopf geschlagen, wenn die nicht umfallen, dann falle ich auch nicht um. Aber jetzt ist er in Bedrängnis, da kam die Linke durch. Er schubst sie weg und da gibt es direkt die Ermahnung von Hans-Jürgen von Bellinghofen. Das ist natürlich nicht erlaubt. Ein paar Sekunden zum Durchschnaufen.